Eine Geschichte, die ich gerne erzähle, ist eine alte Geschichte, die besagt, wie der Räuber Ratnaka zum Weisen Walmiki wurde. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Räuber, Straßenräuber, der hieß Ratnaka und er war eine ziemliche Plage. Der lebte auf einer Überlandstraße im Dschungel, wo also kaum Menschen waren und er hatte so die Gewohnheit, er versteckte sich oben auf einem Baum oberhalb der Straße und wenn dort jemand vorbeikam, dann sprang er dem direkt vor die Nase und setzte ein Messer vor die Gurgel und sagte, gib mir entweder eine bestimmte Menge Geld oder ich schlag dir die rechte Hand ab. Der König, der, dessen Aufgabe es ja auch ist, seine Untertanen zu beschützen, er schickte dort öfters den Soldaten aus und Streiftrupps, die das alles ausfindig machen konnten, aber es nutzte nichts, weil ihr Dschungel und dieser Ratnaka, der konnte Tage auf einem Baum oben verbringen, vollständig lautlos, vollkommen selbstbeherrscht, dort war er nicht entdeckbar, dafür war der Dschungel zu groß. Eines Tages kam ein mystischer Weiser vorbei, ein Heiliger namens Narada und der Narada, der hatte jetzt eine Wiener mit sich, das ist so ein Instrument wie die. Saraswati hatte allerdings eine Reisewiener, die so ein bisschen kleiner ist und er spielte mit ihr und er ging dort entlang und sang die ganze Zeit Eigentlich tänzelte er mehr und war so im halben oder dreiviertel oder vollem Gottesbewusstsein, ging dort entlang und plötzlich sprang ihm vor die Nase, Ratnaka, und setzte sein Schwert oder Messer direkt vor die Gurgel. Und Narada, vollkommen furchtlos, brachte so die Hände in Namaskar-Haltung unterhalb des Messers und sagte, Om Namona Harayanaya, was kann ich für dich tun? Weißt du nicht, wer ich bin, sagte Narada, leider nein, wir haben uns noch nicht vorgestellt, mein Name ist Narada, wer bist du? Immer noch Schwert an der Gurgel, sagte der andere, ich bin Ratnaka, der größte Räuber aller Zeiten. Ja, schön, dich zu treffen, was kann ich für dich tun? Kennst du nicht die Regeln, die ich hier erlassen habe? Mit Regeln kenne ich mich nicht so aus, aber du kannst mir ja sagen, welche du meinst. Jeder, der entlang geht, muss mir eine gewisse Summe Geldes geben oder schlage mir die rechte Hand ab, sagte Ratnaka da. Aber ich nehme kein Geld in die Hand, ich nehme das, was die Menschen mir geben und ich singe ein paar Mantras und wenn jemand Fragen hat, antworte ich ihm Fragen, aber Geld habe ich keins. Wenn du deshalb meine Hand haben willst, bitteschön, aber was willst du mit der? Ich kann dir auch gerne meine Vina geben und kann dir Vina beibringen, kann ich gerne machen. Der Ratnaka wusste nicht, was er mit diesem machen sollte, hatte noch nie jemanden erlebt, der so vollkommen furchtlos zu ihm sprach und dann lächelte Narada ein bisschen schalkhaft und sagte, weißt du, so einen alten, wehrlosen Mann wie mich zu überfallen, das gereicht dir wahrlich nicht zur Ehre. Ich kenne jemanden, der ist ein würdiger Gegner von dir und ich glaube, der ist stärker als du. Stärker als ich? Gibt es nicht. Ich bin der Stärkste aller Zeiten. Sagte Narada, doch, ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne jemanden, der ist stärker. Wo ist der? Lächelte Narada und sagte, dein eigener Geist. Mein was? Dein eigener Geist. Jetzt befiehl deinem Geist, während der nächsten zwei Minuten an nichts zu denken. Ratnaka sagte, kein Problem. Schloss die Augen. Nach einer Minute machte Ratnaka die Augen auf und sagte, gibt es einen Trick? Und Narada lächelte, sagte, ja, wiederhole ein Mantra. Mit einem Mantra bringst du deinen Geist zur Ruhe und dann, wenn dein Geist ganz fokussiert auf das Mantra, dann lässt du das Mantra wegfallen. Dein Bewusstsein wird vollkommen still und ruht in sich selbst. Und dann hast du diese Ruhelosigkeit und die unendliche Freude. Sagte Ratnaka, Mantra, das ist auch sowas Religiöses. Ich will jetzt nicht in irgendeine Religion reingeführt werden. Ich will meinen Geist zur Ruhe bringen. Du hast gesagt, ich kann jemanden besiegen. Lächelte Ranada, okay. Dann wiederhole kein Mantra, sondern wiederhole. Mara, Mara, Mara. Du Kupfeff war besser, wenn du eine Rama, Rama wiederholst, aber du kannst auch wiederholen Mara, Mara, Mara. Und Mara hat zwei Bedeutungen. In der buddhistischen Tradition heißt Mara also ein Dämon. In der indischen Tradition ist Mara also der Liebesgott, also hinduistischen Tradition. Er hat so zwei Aspekte. Sagte Ratnaka, und das hilft? Und der Mond kann ich schon seinen Namen mal wiederholen, wenn es hilft. Ein bisschen Liebe dabei ist auch. Aber das soll helfen, sagte Ratnaka. Nara, da probier es halt. Setz dich gerade hin. Schließ deine Augen. Wirbelsäule aufgerichtet. Schultern entspannt. Kiefergelenke entspannt. Augen entspannt. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch. Ein und aus. Und jetzt wiederhole. Mara, 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 Mara. Und der Ratnaka wiederholte Mara, 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 Mara. Und jetzt, der Ratnaka hatte ja seinen Geist durchaus trainiert. Der konnte stundenlang bewegungslos auf einem Ast sitzen. Notfalls konnte er Tage auf Essen und Trinken verzichten. Und er hatte diese genaue Konzentration, im richtigen Moment runterzuspringen. Furchtlos. Und mit dieser Konzentration, die er so trainiert hatte, wiederholte er jetzt Mara, 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 Mara. Und das machte er Minute und Minute. Und schließlich fiel er in ein anderes Bewusstsein hinein. Und Nara da, ganz zufrieden, ging von dannen. Nach einer Woche kam er zurück. Und dort sprang ihm niemand vor die Nase. Er rief noch, Ratnaka, wo bist du? Er hörte nichts. Er sah nur dort, wo vorher der Ratnaka gewesen war, gab es einen großen Ameisenhügel. Und Narada sagte, Om Shri Ramayanamaha. Von der Kraft des Mantras ins Normalbewusstsein zurückzuführen, schüttelte sich Ratnaka. Die Ameisen gingen in alle Richtungen weg. Und Narada gab ihm den spirituellen Namen Valmiki, der aus einem Ameisenhügel geborene. Und Valmiki wurde so ein großer Weiser, ein Heiliger, der Vision von Rama hatte und nachher die Ramayana aufschrieb. Da ist so ein Beispiel. Mantra hat große Kraft. Wenn wir uns voll drauf konzentrieren, bringt es uns ins Überbewusstsein. Selbst wenn wir nicht wissen, was es bedeutet, sogar wenn wir eine ganz falsche Bedeutung uns vorstellen. Wie Ratnaka, das ist eine Mischung aus Dämonen und Liebe. Aber er hat stattdessen Rama, und das ist eine Mischung aus Freude und Liebe.